So, dann fangen wir mal wieder an heute. Ich zeige es euch mal. Da geht es um typischer Dreck. So sieht es bei uns im Moment überall aus. Hosen über dem Geländer. Okay. Diese Perspektive kennt ihr schon. Das ist Elkes Schrank. Allerdings noch nicht fertig. Da kommt noch eine Couch. Irgendwie eine ausziehbare hin. Fernseher steht. Geht aber auch mit jedem Laptop. Dank Niki. Und mein Stolz. Mein begiebbarer Kleiderschrank. Der hat sogar schon Licht. Ha. Das ist eine schicke Sache. Das sage ich euch. So, gehen wir raus. Schlafzimmer. Typisch unaufgeräumt. Sorry. Ha. Gefällt mir. Bonus Bettchen. Da schlafe ich. Da schläft der Göttergatte. Dann gehen wir ins Bad. Und auch dieses, wie alles in dem Haus, noch nicht fertig. Aber es wird irgendwann los. So, und jetzt können wir dann runter gehen. Und unten kommt das zweite Video.